Okay, wir schauen uns heute die Freiheitsberaubung an und der Aufbau ist wie folgt, wir brauchen einen anderen Menschen, der muss eingesperrt worden sein oder auf sonstiger Weise der Fortbewegungsfreiheit beraubt worden sein und es darf natürlich kein Einverständnis geben, der Rest ist wie immer, also ja, könnt ihr auswendig lernen, könnt ihr aber auch improvisieren. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Freiheitsberaubung nicht so wirklich klausurrelevant ist, das möchte ich hier nicht verschweigen, ich möchte euch ja auf die Klausuren vorbereiten und die Freiheitsberaubung, ja, also die ist immer halt nebenbei noch so verwirklicht. Das wird nie so wirklich der Schwerpunkt einer Klausur sein, sondern beispielsweise, wenn es um Straßenverkehrsdelikte geht, da wird dann eine Person im Auto noch eingesperrt, da ist der 239 halt nebenbei noch verwirklicht. Ja, ansonsten ist der 239 definitiv nicht die klausurrelevanteste Vorschrift. Nichtsdestotrotz müsst ihr das lernen und wir schauen uns jetzt das geschützte Rechtsgut von der Freiheitsberaubung an. Dann, zunächst einmal ganz oben, der aktuelle Fortbewegungswille, der ist ganz klar geschützt, also beispielsweise, wenn ich im Auto sitze als Beifahrer und der Fahrer lässt mich nicht raus, obwohl ich sage, hey, ich möchte hier rausgelassen werden und der Fahrer sagt, nö, dann habe ich hier den Willen, mich fortzubewegen, ich möchte aus dem Auto raus, das ist ein aktueller Wille, den ich habe und den kann ich, ja, der wird hier verhindert und deswegen ist das dann eine Freiheitsberaubung. So, auf der zweiten Stufe jetzt der potenzielle Wille, sich vorzubewegen, beispielsweise bei einem Lesenden. Also sagen wir, wir haben die Person, die liest gerade ein Buch und die ist im Buch versunken und jetzt schließe ich diese Person ein und die merkt davon nichts. Ja, die Person ist im Buch versunken, aber potenziell könnte sie den Willen bilden, den Raum verlassen zu wollen. Das ist bei der lesenden Person möglich und das wird nach der herrschenden Meinung auch vom 239 erfasst und deswegen, wenn ich die lesende Person einsperre, ist das auch eine Freiheitsberaubung. Schwieriger wird es bei der Person, die schläft oder die bewusstlos ist. Also, ja, eine Person legt sich schlafen und jetzt schließe ich diese Person ein. Ja, da ist die Willensbildung, sich fortzubewegen, unmöglich, weil die Person, die schläft halt, die ist bewusstlos, da könnt ihr keinen Willen bilden. Und da, ja, das schauen wir uns gleich an auf der nächsten Folie. Das ist ein bisschen strittig, ist jetzt aber auch nicht das wichtigste Problem. Schauen wir uns gleich ganz kurz an. Auf der letzten Stufe, und das ist wieder ganz unstrittig, das ist der Fall, wenn ein Säugling eingesperrt wird. Ein Säugling, der kann keinen Willen bilden, sich fortzubewegen, der schreit halt rum und, ja, der ist halt so klein, der kann auch keinen Fortbewegungswillen bilden und deswegen ist dort die Freiheitsberaubung kategorisch ausgeschlossen. Also, da wird es niemals 239 plus sein. Okay, schauen wir uns eben diese dritte Stufe an, das kleine Problem mit diesem, mit den schlafenden oder bewusstlosen Personen. Der jugendliche J hält einen Mittagsschlaf, um seine Ruhe zu haben, schließt der Vater V den Raum ab. Okay, in diesem Fall sagt die eine Ansicht, ja, 239 ist verwirklicht, weil wir wollen die Fortbewegungsfreiheit umfassend schützen und das soll eben auch für bewusstlose oder schlafende Personen gelten. Okay, die andere Ansicht, die sagt, nein, da ist 239 nicht verwirklicht und das wohl stärkere Argument, wie ich finde, ist das folgende. Ja, es muss doch irgendwie die Möglichkeit bestehen, den Willen zu bilden, sich fortbewegen zu wollen. Und wenn man diesen Willen überhaupt nicht bilden kann gerade, weil man schläft oder weil man bewusstlos ist, dann ist der 239 nicht verwirklicht. Wir brauchen die aktuelle Möglichkeit der Fortbewegungswillensbildung. Okay, wir kommen zu dem ersten Punkt in dem Schema, von der ersten Folie der Tathandlung. Und die Tathandlung kann ein Einsperren oder auf sonstige Weise berauben sein. Das seht ihr auch hier im 239 StGB, wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt. An dieser Formulierung seht ihr hoffentlich sofort oder auf andere Weise beraubt, daran seht ihr, dass das Einsperren nur ein Beispiel ist. Also, ja, das ist ein Unterfall von diesem auf sonstige Weise. Und deswegen, ja, braucht ihr meiner Meinung nach die Definition vom Einsperren gar nicht auswendig zu lernen. Weil, wenn ein Einsperren vorliegt, ja, dann liegt auch ein auf andere Weise der Freiheit beraubt vor. Und deswegen, wenn ihr eine Definition lernt, dann doch einfach nur die zweite Definition. Das reicht ja vollkommen aus. So, und die zweite Variante oder dieses auf sonstige Weise berauben, das ist definiert als ein Tatmittel, das dazu geeignet ist, einem anderen die Fortbewegungsfreiheit zu nehmen. Ja, also, was soll ich euch sagen? Ich habe keinen roten Kasten drum gemacht. Ich finde, man kann diese Definition improvisieren. Ihr könnt die aber natürlich auch auswendig lernen. Ja, aber, wenn man was improvisieren kann, dann das, oder? Ja, würde ich sagen. Eine Frage, die sich hier stellt, die ganz interessant ist, und das solltet ihr dann wirklich auch kennen, dieses Problem, ist das folgende. Was ist, wenn nur, wenn die Fortbewegungsfreiheit nur beeinträchtigt wird? Also, wenn die vollkommen weggenommen wird, sagen wir, die Person T schließt mich in einem Bunker ein. Ja, da komme ich nicht raus. Das ist definitiv, da werde ich meiner Fortbewegungsfreiheit komplett beraubt. Das ist in 239 definitiv plus. Aber, was ist, wenn beispielsweise die Schauspielerin S nachts im See badet, nackt, und jetzt nimmt der A ihre Kleider weg? Und die Schauspielerin S, die möchte natürlich sich jetzt nicht nackt unter die Leute begeben. Was sollen da denn für Presseartikel rauskommen? Und, ja, deswegen, theoretisch könnte die ja aus dem See raus. Also, das ist möglich. Die kann halt nackt durch die Öffentlichkeit laufen, ist ja egal. Ja, also, sie kann sich bewegen. Ähm, aber es wird halt beeinträchtigt. Ihr seht das Problem. Oder das Zweite. Der A hält die X in einem Keller gefangen. Die Tür ist zwar nicht verschlossen, aber X verlässt den Raum deshalb nicht, weil A gedroht hat, sonst dem Ehemann der X von ihrem One-Night-Stand zu erzählen. Auch hier, die X, die könnte locker den Raum verlassen. Das ist möglich. Aber sie tut es nicht, weil, ja, wegen eines anderen Grundes, weil hier wird halt was anderes angedroht. Es gibt hier einen Zwang psychischer Natur. Beziehungsweise die Fortbewegungsfreiheit wird halt nicht komplett genommen, sondern beeinträchtigt. Hier müsst ihr das Problem kennen. Das ist wirklich das wichtigste Problem beim 239. Hier gab es auch viele Gerichtsentscheidungen zu. Und, ja, die eine Ansicht sagt, ja, wir müssen den 239 weit verstehen. Also, auch die Beeinträchtigung der Fortbewegungsfreiheit reicht aus, um den 239 zu verwirklichen. Also, auch das Wegnehmen der Kleider reicht aus. Dagegen, und das finde ich ein super starkes Argument, also, das ist wirklich toll, dagegen spricht das Folgende. Bei diesen psychischen Sachen, also den Kleidern wegnehmen, ich möchte nicht nackt durch die Öffentlichkeit oder ich möchte nicht, dass mein Ehemann von dem One-Night-Stand erfährt. In diesen Fällen steht doch gar nicht die Fortbewegungsfreiheit im Vordergrund, sondern da geht es doch vielmehr um die Willensentschließung. Und das wird ja durch den 240, durch die Nötigung geschützt. Und der 239, der soll doch die Fortbewegungsfreiheit schützen. 240 Willensentschließung und 239 Fortbewegung. Und in diesen Fällen mit den Kleidern wegnehmen oder One-Night-Stand erzählen, was auch immer, das ist doch eher Willensentschließung. Und deswegen sollen diese Fälle eher über den 240 geregelt werden. Und deswegen ist die andere Ansicht, hier vorzuziehen, nämlich die restriktive Ansicht, also ein Zwang psychischer Natur beziehungsweise die Erschwerung der Fortbewegung. Da müssen wir restriktiv mit umgehen und sagen, der psychische Zwang reicht grundsätzlich nicht aus. Er kann ausnahmsweise ausreichen, wenn er so stark ausgeprägt ist, dass er physischem Zwang gleichzusetzen ist. Und das ergibt ja auch Sinn. Wir schauen uns ein paar Beispiele an. Hier müsst ihr eine Abwägung durchführen. Und natürlich ist das dann zu bejahen, wenn es um Leib und Leben geht. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, dann wird das klar. Erstmal, hier Beispiele aus der Rechtsprechung, wo der 239 bejaht wurde. Wenn man aus einem hochgelegenen Fenster oder einem schnellfahrenden Fahrzeug springen muss, um, ja, um fortzukommen, ja, das ist eine Beeinträchtigung der Fortbewegungsfreiheit, die auch so stark ist, dass sie physischem Zwang gleichzusetzen ist, weil ein schnellfahrendes Fahrzeug, da wollt ihr nicht rausspringen. Also da werdet ihr euch wehtun, definitiv. Und deswegen ist es da eine Gefahr für Leib oder Leben. Und deswegen ist der psychische Zwang in diesem Beispiel so stark, dass die Freiheitsberaubung zu bejahen ist. Also auch, wenn mich jemand in einem Raum einsperrt, im, sagen wir, dritten Stockwerk, und ich könnte aus dem Fenster springen. Ja, könnte ich. Aber, uff, dritte Stockwerk, das ist doch schon wohl hoch. Und deswegen würde auch da der BGH sagen, ja, psychischer Zwang oder diese Beeinträchtigung der Fortbewegungsfreiheit ist so stark, dass der 239 zu bejahen ist. Auch hier ein weiteres Beispiel. Trotz des vom Täter für den Fall des Fluchtversuches angedrohten Erschießens zu fliehen. Okay. Oder eine Sperre unter großem Kraftaufwand mit Gewalt oder in Kaufnahme von Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen zu beseitigen. Hier bei diesem Fall, ja, also da könnte man auch wahrscheinlich das anders sehen. Schauen wir uns ein paar Gegenbeispiele an. Hier die Wegnahme der Kleider oder der Schuhe. Das ist unser Badesee-Fall. Hier hat der BGH gesagt, nö, das ist keine Freiheitsberaubung. Das ist dann nur über den 240 StGB zu lösen, nicht über die Freiheitsberaubung. Okay. Weil der psychische Zwang ist halt nicht so stark wie hier aus einem schnellfahrenden Fahrzeug zu springen. Ich denke, das ist klar. Das Versperren der Tür, wenn die Möglichkeit besteht, durch ein niedrig gelegenes Fenster zu steigen. Ja, aus dem ersten Stockwerk kann ich ja wohl raus noch. Okay. Weiteres Gegenbeispiel. Wegnahme oder Unbrauchbarmachen eines Fahrzeuges, wenn es alternative oder zumutbare Fortbewegungsmittel gibt. Da hat wahrscheinlich irgendjemand das Auto, die Elektrik durchgeschnitten oder sowas. Das ist natürlich keine Freiheitsberaubung, weil ich kann einfach mit dem Bus fahren oder mit dem Zug, was auch immer. Okay. Ich wollte noch... Eine Sache hatte ich vorhin noch übersprungen. Ich gehe mal kurz zurück. Genau, das hier. Beispiele für... Also man kann ja jetzt bei der Tathandlung... Die Tathandlung kann durch Einsperren begangen werden oder wenn man die Fortbewegungsfreiheit auf sonstiger Weise beraubt. Das sind die beiden Tathandlungen. Und Beispiele für dieses auf sonstige Weise der Freiheit berauben sind das gewaltsame Festhalten, das Festbinden an einen Stuhl oder ein Bett, Fesseln, Betäubung oder Hypnose, Errichtung von Blockaden und so weiter und so weiter. Auch die Hinderung der Landung eines Flugzeugs durch einen Terroristen. All das ist eine Freiheitsberaubung auf sonstiger Weise. Hier kann ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass das Einsperren, das meint eine äußere Vorrichtung, also eine Tür und dann wird da so ein Vorhängeschloss dran gemacht und ich kann die Tür von innen nicht mehr öffnen wegen dieses Vorhängeschlosses. Das wäre ein Einsperren. Okay. Noch ein wichtiger Punkt, den ihr auch wissen solltet beim 239, ist, dass der 239 ohne oder gegen den Willen erfolgen muss. Beispiel hier, was ganz klar ist, wenn ich eine Flugreise buche, dann einchecke und mich in das Flugzeug begebe und dann fliegt das Flugzeug ab und ich bin drei Stunden in der Luft und lande dann in, auf drei Stunden, Italien irgendwo, dann ist das natürlich keine Freiheitsberaubung, weil, ja, ich habe mich halt freiwillig da reinbegeben. Ich hatte hier ein, ich habe hier ein Tat, Tatbestands ausschließendes Einverständnis abgegeben. Ein weiteres Beispiel, und das ist wichtig, das ist wichtig, O steigt in das Auto von T ein. Beide wollen zu einem Konzert fahren. T fährt aber wie ein Bekloppter. O hat genug und sagt zu T, dass dieser seine Fahrweise ändern solle. als T unverändert weiterfährt. Also sagen wir, der fährt mit 160 über die 100er Straße und bei der Kurve, wo 80 steht, davor fährt er mit 110 rein. Also der T, der ändert seine Fahrweise nicht und jetzt sagt die O dann zu dem T, ich möchte das Auto verlassen. Der T soll sie hier am nächsten Bürgersteig absetzen. Der T, der sagt, puh, mir egal, wir fahren jetzt zum Konzert, der ignoriert dieses Begehren der O und die kommen unversehrt am Konzert an. In diesem Fall müsst ihr euch fragen, ja, wie sieht es hier mit dem Einverständnis aus? Okay, also hier ganz am Anfang ist sie natürlich, okay, steht hier jetzt nicht drin, aber sie ist freiwillig in das Auto von dem T eingestiegen. Die wollen halt zum Konzert. Also hier lag ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vor. Dann hat sie zu dem T gesagt, ändere deine Fahrweise. Dieses, ändere deine Fahrweise, das, ja, also, finde ich ziemlich klar, das ist kein Widerruf des Einverständnisses hier. Deswegen, naja, also, das reicht auch noch nicht aus, um das Einverständnis zu widerrufen. Aber als sie dann zu dem T gesagt hat, hey, ich will das Auto hier verlassen, du fährst mir zu unvorsichtig, du fährst wie ein Bekloppter, setz mich hier ab, als sie das zu dem T gesagt hat, da, das ist ganz klar ein Widerruf des Einverständnisses und weil der T dann ihr Begehren ignoriert, begeht der eine Freiheitsberaubung durchunterlassen, weil er hat die O halt nicht rausgelassen. Und dann wird der T hier durch 239 13 1 bestraft. Auch ziemlich klar, glaube ich, hoffe ich. So, wir kommen noch zu einem letzten Beispiel. Die A will die Faschingszeit nutzen, um den attraktiven Kommilitonen K für sich zu gewinnen. As Konkurrentin B soll sie aber dabei nicht stören. Die A schließt daher die B bei passender Gelegenheit in dem Keller ein und will sie dort für 10 Tage bis Aschermittwoch eingesperrt lassen. B kann allerdings nach zwei Tagen entkommen. Hier macht sich die A natürlich wegen Freiheitsberaubung strafbar, weil die B war zwei Tage im Keller eingesperrt. So, zusätzlich dazu macht sich die A aber auch wegen 239 Absatz 3 Nummer 1 und 22 23 1 strafbar, weil sie hatte ja Vorsatz bezüglich der Nummer 1 und das ist dann diese Vorsatz Vorsatz Konstellation, die ihr hoffentlich aus meinem Erfolgsqualifizierte Delikte Video kennt. Also Vorsatz Vorsatz ist die Konstellation hier und deswegen macht sich die A zusätzlich zu dem 239 1 wegen Versuch der Erfolgsqualifikation nach 239 Absatz 3 Nummer 1 22 23 1 strafbar und für die Experten unter euch könnt ihr das Video kurz anhalten und fragen wie stehen die denn hier in Konkurrenz zueinander diese beiden Delikte und wenn ihr mein Video zu den Konkurrenzen gesehen habt wisst ihr dass ich ganz am Ende habe ich die Klarstellungsfunktion noch erläutert und hier gibt es eben auch die Klarstellungsfunktion die hier zu beachten ist und deswegen würde das Gericht im Tenor schreiben dass 239 Absatz 3 Nummer 1 22 23 1 verwirklicht ist und 239 1 die beiden sind in Tateinheit verwirklicht und eigentlich wird ja der 239 Absatz 1 verdrängt aber wegen der Klarstellungsfunktion doch nicht ok dann letzte Folie der 239 Absatz 3 den haben wir uns gerade schon ein bisschen angeguckt da die Nummer 1 wenn der Täter das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt dann ist die Nummer 1 einschlägig und dann gibt es eine höhere Freiheitsstrafe die Nummer 2 ist wenn das Opfer eine schwere Gesundheitsschädigung erleidet ok ja hier diese das könnte ich eigentlich noch erwähnen schwere Gesundheitsschädigung da steht häufiger im Gesetz ja beim 250 müsste das auch stehen beim Raub jedenfalls müsst ihr wissen dass diese schwere Gesundheitsschädigung wenn die im Gesetz steht damit ist nicht der 226 gemeint sondern das ist halt eine Gesundheitsschädigung die halt schwerwiegend ist also das ist halt eine Abwägungssache hier ist nicht mit der hier ist nicht der 226 mit gemeint das könnte ich hier nochmal erwähnen ok und dann noch der Absatz 4 verursacht der Täter durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung den Tod des Opfers so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren hier an der Formulierung sieht man schon verursacht das ist definitiv auch eine Erfolgsqualifikation genau worauf ich ganz kurz eingehen möchte was ich gerade schon ein bisschen vorausgesetzt hatte auf der vorherigen Folie das ist dass der Absatz 3 Nummer 1 also das mit dem länger als eine Woche das ist eine Erfolgsqualifikation das ist nicht offensichtlich beziehungsweise ist das strittig dafür also dass der Absatz 3 Nummer 1 eine Erfolgsqualifikation ist spricht dass der Erfolg hier ist dass das Opfer halt eine Woche oder länger der Freiheit beraubt wird das ist doch auch ein Erfolg der eintreten kann zusätzlich Gesetzesbegründung Gesetzeshistorie und Systematik ja ok Systematik weil die Nummer 2 und der Absatz 4 also das könnte ich ja auch nochmal erwähnen der Absatz 2 der Absatz 3 Nummer 2 und der Absatz 4 das sind unstrittig also komplett unstrittig diese beiden Sachen sind unstrittig Erfolgsqualifikation hier könnt ihr euch zu 100% den 11 Absatz 2 und den 18 daneben schreiben neben den Absatz 3 Nummer 2 und den Absatz 4 ich würde mir auch noch den 11 Absatz 2 und den 18 neben die Nummer 1 kommentieren weil ja also die herrschende Meinung geht eben davon aus dass die Nummer 1 auch eine Erfolgsqualifikation ist ja gegen diese Ansicht der herrschende Meinung spricht dass bei erfolgsqualifizierten Delikten da steht immer das Wort verursacht also hier seht ihr verursacht oder auch hier verursacht ja und das steht hier bei der Nummer 1 nicht und das spricht eben gegen die Annahme dass die Nummer 1 eine Erfolgsqualifikation ist ich würde aber einfach das annehmen das ist auch schön wenn hier alles eine Erfolgsqualifikation ist und dann passt das auch dann müsst ihr nicht so viele Ausnahmen lernen und genau auch das hier ist jetzt nicht der klausurrelevanteste Streit ich würde wahrscheinlich nicht mal also für die 18 Punkte könnt ihr natürlich den Streit aufmachen aber ja egal ihr seid ihr kennt das jetzt und das war es dann von dem heutigen Video hier seht ihr die Kontrollfragen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem ganz kurzen Video zu der Bedrohung und ja dann verabschiede ich mich und wir sehen uns bis dann